Liebe junge Freunde, herzlich willkommen in Medjugorje zum 30. Jugendfestival. Unser International Chor, das Orchester, hat uns eingeführt in diese Feier mit dem Lied folge mir nach, follow me, folge mir nach, wie Jesus uns sagt, aus 80 Ländern der Welt seid ihr hierhin an Medjugorje gekommen. Nun folgt die Vorstellung der Nationen, der Länder, aus denen unsere Jugendlichen kommen. Wir beginnen nun, uns vorzustellen. Albania. Algeria. Angola. Argentina. Australija. Austria. Bielorussia, Belarus, Belgia, Benin, Bosna i Hercegovina, Brazil, Cameroon, Cabo Verde, Canada, Chile, China, China, Kina, Kroacija, Colombia, Cote d'Avoar, Češka Republika, Republika Kongo, Zaire, Dominicanska Republika, El Salvador, England, Eritrea, Franz, Franzuska, Guadalupe, Martinique, La Reunion, Gabon, Ghana, Germany, Holy Land, Sveta Zemlja, Honduras, Hong Kong, Hungary, Hungary, Majerska, India, Ireland, Ireland, Italy, Latvia, Lebanon, Lebanon, Lithuania, Macau, Madagascar, Madagascar, Malta, Maurizius, Mexico, Moldova, Moldavia, Niderland, Niderland, Nizazemska, Nicaragua, Nigerija, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Poland, Poland, Portugal, Monaco, Romania, Russia, Russia, Rwanda, Rwanda, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Africa, South Korea, Spain, Spaniel, 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 Indonesia, Sweden, Sweden, Switzerland, Tanzania. Pogo. Trinidad and Tobago. Uganda. Ukraina. Uruguay. USA. USA. Vels. Zimbabwe. And Medjugorje. Zimbabwe. 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 Zimbabwe.